Hi, gehen heutzutage zu viele Schüler ans Gymnasium? Ich finde ja und ich möchte in dem Video zeigen, warum ich das denke. Ich bin in doppelter Hinsicht betroffen, einmal als Mathematiklehrer am Gymnasium, der also dort seit über 20 Jahren unterrichtet, aber auch als Vater von drei schulpflichtigen Kindern, der aktuell mal wieder mit der Situation konfrontiert ist, wie geht es nach der vierten Klasse weiter. Da kommt man mit vielen Leuten ins Gespräch und stellt fest, irgendwas ist komisch. Das, was ich komisch finde, möchte ich jetzt hier mal auch mit Zahlen belegen. Und zwar schauen wir uns mal den Münchner Bildungsbericht von 2022 an. Natürlich, München ist nicht gleich Bayern, ist schon klar, aber in den größeren Städten hat man halt doch relativ hohe Übertrittsquoten. In München also schon seit vielen Jahren deutlich über 50%. 2017 waren das also 55% und seitdem nochmal leicht angestiegen aufgerundet. Ja, 57% im Jahre 2020. Das sind schon Hammerzahlen, wie ich finde. Wenn man es mal vergleicht mit der Situation von vor 40 Jahren. Ich bin 1980 ans Gymnasium gekommen. Damals war es wirklich eine deutliche Minderheit der Schüler, die die Übertrittsnoten hatten fürs Gymnasium oder die sich dann eben auch dafür entschieden haben. Und wer es nicht konnte oder wer nicht wollte, der war hier gut aufgehoben in einer großen Mehrheit und musste sich nicht irgendwie blöd vorkommen. Während heute, ja, wenn über 55% ans Gymnasium gehen, dann sind die, die es nicht schaffen oder die nicht wollen, natürlich irgendwie Teil einer, ich sag's mal so, blöden Minderheit. Wer will da schon dazugehören? Und das ist eben mein Hauptpunkt. Dieses Verhältnis der Zahlen erzeugt einen irrsinnigen Druck, aufs Gymnasium gehen zu müssen. Ja, wer es nicht schafft, kommt sich irgendwie doof vor. Und der zweite negative Punkt ist, dass man natürlich dadurch auch die negativen Sozialisationseffekte an der Realschule und an der Mittelschule weiter verschärft. Also was meine ich damit? Wenn so viele Kinder heutzutage ans Gymnasium gehen, und das sind ja dann die Kinder mit den guten und mittlerweile eben auch mit den durchschnittlichen Lernvoraussetzungen, dann konzentrieren sich an diesen anderen beiden Schulformen natürlich die Schüler mit eher schlechten Lernvoraussetzungen. Das betrifft dann die Punkte Lernbereitschaft, Freizeitverhalten, Interessen, also eher gering ausgeprägt oder eben sehr einseitig, hoher Medienkonsum, schlechte Ernährungsgewohnheiten, geringe Impulskontrolle und all diese Dinge. Wir sprechen nicht von Einzelfällen. Natürlich sind ja auch Schüler, auf die das überhaupt nicht zutrifft. Aber wir haben doch eine ziemlich starke Dichte von Schülern, auf die diese negativen Lernvoraussetzungen anzuwenden sind. Und dann darf es einen natürlich nicht wundern, dass viele Eltern die Mittelschule mittlerweile wirklich fürchten, wie ein Schreckgespenst und niemand sich vorstellen kann, dass sein Kind dorthin geht. Dann haben wir natürlich auch einen Qualitätsverlust am Gymnasium, was ja auf der Hand liegt. Also ich sage mal so, wenn man so wie vor 40 Jahren etwa wirklich nur die von den Lernvoraussetzungen her besten Schüler ans Gymnasium lässt, dann hat man natürlich eine homogene Gruppe und kann mit denen doch ziemlich viel machen. Man kann da gut lernen. Man kann auch mal in die Tiefe gehen. Man hängt nicht so schnell viele Schüler ab, wie das heutzutage der Fall ist. Das merke ich einfach. Ich halte mich mittlerweile eher doch mit einfachen Aufgaben auf, Standardaufgaben. Und sobald man mal etwas Kniffligeres macht, merkt man, dass doch ein Großteil der Schüler Probleme bekommt. Das liegt natürlich an der Eröffnung des Gymnasiums, auch für die Schüler mit den normalen Lernvoraussetzungen. Und da muss man das halt einfach in Kauf nehmen. Ein weiterer Punkt ist dann auch noch der Mangel an Facharbeitern und Handwerkern. Ja, man fragt sich, wenn es davon zu wenig gibt, dann wäre es doch mal an der Zeit, dass wieder viel mehr Schüler an die Mittelschule oder an die Realschule gehen, anstatt ans Gymnasium. Denn typischerweise kommen ja Facharbeiter, Handwerker aus diesen anderen beiden Schulformen. Okay, das waren jetzt lauter negative Folgen. Man muss fairerweise sagen, dass es natürlich auch positive Entwicklungen dadurch gibt. Natürlich Kinder aus bildungsfernen Familien, aus Familien mit Migrationshintergrund, die kommen heutzutage eher ans Gymnasium. Und das ist gut so, denn ja, dieser Ruf des Elitären, das Gymnasium ist ja historisch doch als eine sehr elitäre Veranstaltung konzipiert, ja, die Schule der Oberstufe. Und das hat natürlich durch diese Entwicklung doch deutlich abgenommen. Und das kann man als positive Folge auf jeden Fall mal festhalten. Außerdem haben wir natürlich heutzutage, und das wäre jetzt mal der Kontrapunkt zu dem Facharbeiter- und Handwerkermangel, natürlich auch eine erhöhte Nachfrage nach Akademikern. Und infolgedessen liegt es natürlich auf der Hand, dass man mehr Schüler braucht, die dann auch mit Abitur das Gymnasium verlassen. Aber insgesamt, finde ich, überwiegen doch die negativen Folgen und vor allem könnte man ja die anderen beiden Punkte auch anders ausgleichen. Ich komme gleich darauf zurück. Die Frage ist also, was könnte man denn alternativ zu diesem dreigliedrigen Schulwesen mit hoher Gymnasialquote anders machen? Da werden jetzt die einen sagen, die jetzt am Gymnasium festhalten wollen, naja, wir müssen einfach die Übertrittsbedingungen wieder strenger machen. Also vielleicht bräuchte man als Übertrittsnote statt 2,33 2,0. Damit würde man schon mal die Quote zurückfahren oder man verändert die Standards für die Noten, die vergeben werden. Das wäre ja eine Möglichkeit. Die Alternative, und das wird ja von vielen schon seit Jahrzehnten gefordert, wäre, mit dem Gymnasium in der bestehenden Form einfach mal Schluss zu machen und stattdessen eine Einheitsschule einzuführen. Wir sind, und das ist einfach ein Faktum, in Deutschland eigentlich das einzige Land außer Österreich, das nach der vierten Klasse die Kinder aufteilt. In allen anderen Ländern geschieht diese Aufteilung viel später. Schauen wir uns mal Finnland an. Finnland wird ja hier ganz gern zitiert, weil es beim PISA-Ranking immer ziemlich weit oben rangiert. Wie machen die das? Da gehen die Schüler von der ersten bis einschließlich zur neunten Klasse in dieselbe Schule und erst danach erfolgt die Einteilung. Und das scheint, wie gesagt, dem System insgesamt ganz gut zu tun. Finnland schneidet gut ab, hat also wirklich ein hervorragendes Schulsystem und es zeigt, dass man es auch so machen kann. Warum nicht also auch hier? Natürlich, auch das muss man jetzt wieder einschränken, ist Einheitsschule nicht gleich Einheitsschule, denn wenn man mal in die USA schaut, die haben auch ein Einheitsschulsystem, da läuft das Ganze nicht so gut. Jeder, der mal dort war und am Unterricht teilgenommen hat an so einer öffentlichen Schule, weiß, dass das Niveau sehr, sehr seicht ist und entsprechend ist Amerika auch im PISA-Ranking ziemlich weit unten. Und das andere ist natürlich, dass es sehr schwer ist. Wir haben hier in Deutschland eine starke Gymnasiallobby. Es ist halt einfach so gewachsen, man ist diese Aufteilung gewohnt und viele wollen natürlich festhalten, vor allem die Eltern derer, die es ans Gymnasium schaffen. Also von daher ist das schon eine harte Nuss. Aber insgesamt könnte ich mir vorstellen, eine gut konzipierte Einheitsschule wäre auf jeden Fall die klügere Alternative zu unserem bestehenden System. Ja, soweit mal meine Ausführungen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie siehst du das Ganze? Bist du meiner Meinung? Denkst du anders? Und natürlich auch deine Begründungen würde mich interessieren. Schreib es doch bitte in die Kommentare. Ansonsten hätte ich noch zwei Tipps. Ich bin Gründer einer Lernplattform. Die habe ich bereits vor über 15 Jahren gegründet. Läuft sehr erfolgreich in Deutschland. Wenn du die noch nicht kennst, schau dir die auf jeden Fall mal an. mathegym.de Und dann gibt es noch das Buch von mir, Gute Noten ohne Stress. Also auch das könnte vor allem für Anfänger am Gymnasium sehr hilfreich sein. Vielleicht mal reinlesen. Ich habe beides auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Egal für welchen Schulweg du dich entscheidest, ich wünsche dir alles Gute und ciao bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir alles Gute.